Wo ist eigentlich die Hölle? Etwa im Erdmittelpunkt oder irgendwo im Universum ein schwarzes Loch? Nein, das sind Produkte menschlicher Fantasien oder biblischer Fehlauslegungen. Es gibt in der Bibel keine kosmologische oder geografische oder geologische Ortsangabe zur Hölle. Dennoch kann man sich sicher sein, dass sie außerhalb der Schöpfung ist. Die Hölle ist ein realer Ort der absoluten Gottestrennung, der absoluten Gottesferne und dieser Ort wird mit Metaphern umschrieben, wie zum Beispiel Feuersee, Finsternis oder Ausschluss, das Ausgeschlossensein, Offenbarung 21, Vers 8 zum Beispiel. Dass die Hölle außerhalb des Universums ist oder nicht im Erdmittelpunkt hat folgende Gründe. Erstens, die Hölle hat keinen primären Bezug zum Menschen bzw. zum Lebensraum des Menschen, die Erde, sondern sie hat einen Bezug zum Teufel und dessen Dämonen. Denn für diese wurde die Hölle bereits bereitet. Denn bevor es Menschen gab, ist der Engel Luzifer abgefallen von Gott und wurde zum Satan, zum Teufel, mit seinen Dämonen. Und für diese hat Gott die Hölle bereitet, die jetzt noch leer ist. Dass da eines Tages auch Menschen sein werden, ist nur eine Folge des Sündenfalls. Zweitens, die Erde, die jetzige Erde, die jetzige Schöpfung, das Universum wird vergehen. Gott wird die Erde und das Universum beseitigen als Gericht. 2. Petrus 3, Vers 12. Und damit würde er auch die Hölle beseitigen, was keinen Sinn macht. 3. Gott wird die erste Schöpfung, das heißt die Erde und das Universum, beseitigen und ersetzen mit einer neuen Schöpfung, mit einer neuen Erde und einem neuen Universum. Und diese Neuschöpfung wird vollkommen sein, in Übereinstimmung mit dem Wesen Gottes, ohne Sünde und ohne Tod, genannt auch zweiter Himmel, da wird es keinen Platz haben für die Hölle als Ort der Finsternis. 3. Die Bibel macht klar, es gibt eine Wirklichkeit, eine Realität außerhalb der Schöpfung. Zum einen den Himmel, das ist der dritte Himmel, das ist der Aufenthaltsgottes außerhalb der Schöpfung. Und als Gegenstück den Feuersee, genannt Hölle, auch ein realer Ort außerhalb der Schöpfung. Offenbarung 21, Vers 8. Dort werden die Menschen sein, die nicht an Jesus Christus geglaubt haben und auch der Teufel und die Dämonen außerhalb der Schöpfung in der Hölle.